Ja, stimmt, ja. So lange, länger, das Glas ist... Das Gras brauchen, so besser wird es, so. Das soll jetzt passieren, hier unten eine Farm, okay. Ach komm, Melone, wachse, wachse! Mach das, das, Alter, das ist ein bisschen scheiße. Was? Da wegen dem Wasser, genau, wir könnten das auch so machen. Das Lava muss... Das Lava muss... Wir können hier erstmal hier einen unendlichen Brunnen machen, und wie wär's noch damit? Können wir nicht. Warum nicht? Wir müssen zuerst in den Nether. Oh, oh, genau, Nether, da war... Ey, wieso können wir... Klar kannst du das hier machen. Ey, nein, wir haben hier ja nur ein Wasser. Du nimmst den Eimer, du machst hier eine Form für 4x4, nimm... Ach, fuck, stimmt ja. Voll verkackt. Jep. Scheiße. Du, ähm, in welche Richtung fließt das Lava irgendwie so? Fließt das Lava. Fließt das Lava. Lass uns hier... Lass uns das Lava fließen! Alla, Mr. Lava, Lava. Alla, Mr. Lava. Baust du das Portal fertig, oder? Nein, ich baue rum, so. Ach, baust du... Erzündest du das jetzt an, oder was? Ja, ich versuche es irgendwie. Ey, soll ich mal... Ich hole mal kurz... Hast du Holz, oder? Ah, hast du gut, ja. Ich hab's Holz, ja. Hast du Kuppelstorn, dann baue ich dann die Plattform mal weiter. Nein, ich hab keine Kuppelstorn. Haben wir in der Truhe welche? Möglich. Wie macht man das mit dem Lava hier? Ich hab keine Ahnung. Ich stelle den Holzblock neben, also in der Höhe des Portals und zündes an. Oder lass die Lava direkt nach den Holzblock fließen. Wir haben kein Kuppelstorn mehr. Geil. Die Frage ist, wie das fließt hier nachher. Wir haben kein Kuppelstorn mehr. Ich kann mir doch nicht mal eine Spitzhacke bauen. Hier. Ich hab eine Spitzhacke. Uuuuuh. Ich bin uncool. Ich laufe auf dem Grund. Hier. Wo ist es hingeflogen? Ich hab nichts bekommen. Da, auch hinter dir. Nein, da ist nichts. Ach, da. Da, oben. Nein, da ist nichts. Ich seh nichts. Ich weiß nicht, was du meinst. So, ich brauch mal kurz das. Warte, ich lass das mal zu Wasser. Holz und Byron. So, zack, zack. Wir könnten ja auch Holzkohle machen. Hm, jo. Jo, ne? Müssen wir dann eh mal machen. Ja, stimmt. So, eine Spitz, eine Spitzhacke. Ups. Die Spitzhacke. Oh, yeah. Geil. Jetzt auch eine Spitzhacke. Oh, yeah. Die gibt mir da eine Spitzhacke. So, mal schauen, ob das mit dem Lava dann auch wirklich funktioniert. Wenn nicht. Oh, das fließt jetzt halt in nichts runter, aber ist ja egal. Tja, ist ja nur meinst du, weil das berechnen muss, wo die Lava hinfließt, verdammt. Jo. Hallo, Holz, du da. Brenne. Scheiß Ding, brenn. Warum fließt die überhaupt nicht in die Richtung, wo sie hin soll? Es muss ja nicht in diese Richtung, sonst kann da ja nichts brennen. Es brennt immer dorthin, wo der Weg am kürzesten ist. Aber ich mach jetzt da trotzdem mal zu, ansonsten brennt es irgendwo, wo sie es nicht wollen. Ja, Stein brennt, jo. Guter Fass. Sherlock. Ja, das brennt. Ja, ja. Come on, come on, come on, come on. Oh, 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 oh. Dieser scheiß Geräusch, der Mod macht selbst Geräusche, wenn man es nicht schlägt. Also wenn ich dich schlage, dann hört sich das, wenn ich die ganze total zusammen schlagen. Nee, bei dir macht das keine Geräusche. Bei mir nicht. Ey, müssen wir das Lava nicht hier eigentlich da draufsetzen, dass dann Feuer hier kommt? Ja, und dann schnell abbauen. Obwohl, das fließt so schnell nicht weg, denn das brennt das Holz weg. Oder den Holzbock in der Höhle, wie, ach, keine Ahnung. Ich setz schnell drauf und dann wieder wegpumieren wir einfach mal. Wir haben Holz noch übrig. Wir haben noch, äh, glaube, 22 Holz. Nein. Warte, warte. Man muss hören, wie es brennt, warte. Mal Geräusche, scheiß Holz. Wir haben das erste Holz, das nicht brennt, das ist schön. Das macht doch normale Geräusche, wenn es anfängt zu fackeln, oder nicht? Äh, möglich. Ja, machen Sie jetzt nochmal drauf. Hey, aber müssen wir das Lava nicht irgendwie da hin platzieren, dass es nach auf dem Obsidian beginnt zu fackeln? Ich weiß es nicht. Hm. Wir können ja auch einfach hier diesen Holzbocken setzen, dass der hier abfackelt und dann... Genau. Tja, was wäre so eine normale Einfallsreichtum? Ja. Nicht vor mich, du Idiot. Machen wir so? Nein! So. Doch, das beginnt sich ja irgendwie zu brennen. Irgendwie. Wir bräuchten einfach Gravel und Eisen. Gravel? Wir haben Sand. Toll. Das bringt's was. Für was Gravel? Äh, um Flint. Ah. Tja. Was wäre so eine normale Idee? Aber wir haben kein Stil. Das ist mir egal. Wir haben Eisen, wenn überhaupt. Ja, eben Stil. Warum rennt das Scheiß denn nicht? Ist irgendwie World Guard drauf, oder so? Ich weiß es nicht. Ich hab ganz normales Minecraft. Minekraft. Minekraft. Das dauert immer eine Weile, bis das brennt. Egal. Da hinten hat's doch auch gebrannt, vorhin. Also so viel dazu. Ich kann nicht sprinten. Wie kannst du doch sprinten, verdammt? Ich wurde gestorben, Freunde. Ich wurde gestorben. Ja. Lass uns alle, wir wurden gest... Ähm, irgendwie wächst die Melone hier nicht, weil von oben zu wenig Licht kommt. Der Dreck muss da weg. Der da. Der Dreck. Welcher? Der da. Aber der kann nicht weg. Doch, der schon. Nein, der da. Hier, siehst du, da kommt keine Sonne hin. Guck mal. Super bin ich... Au. Da muss auch keine Sonne hin. Doch, die muss doch Licht kriegen, um zu wachsen. Oh. Jetzt müssen wir aufpassen, mit wem, dass wir was wegmachen. So wegen Wasser. Da ist... Da ist hier das Pumpkin. Ich lass das Wasser mal kurz zu Eisen werden. Ey, Eisen, ja. Nee. Wie willst du das zu Eis werden lassen? Ja, wir sind hier in einem Schneebiom. Achso, okay. Aber nein, dann geht der Pumpkin kaputt. Und dann geht auch die Melone kaputt. Verdammt. 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 Egal, ich hau hier an. Ey, wir haben keinen Bock mehr auf das Spiel. Wir wenden bei so einer Scheiße mit so Physikspieler rein, da haben wir auch keinen Bock drauf. Au. Ich hab noch zwei Herzen. Ich bin gut. Cool. Ich sollte weiter so anfangen rumzuspringen. Aber warum brennt die Scheiße da hinten denn nicht? Bedrock gefunden. Warum brennt das nicht? Das weiß niemand so genau. Außer wir. Dü-dü-dü. Tja, wir wussten, warum es nicht brennt. Aber wir sagen es euch einfach nicht. Ganz klar. Und ich glaube, ich hab keinen World Cup drauf. Das gibt's doch beim normalen Minecraft. Brennt doch alles. Ja. Wir können ja mal aus... Ach, der Baum ist schon wieder... Ich bau mal den Baum ab. Kann ich auch, weil es ist ein Baum gefläxt. Ja, ey. Ich denke, du reden wir schon voll, weil Holz totales überbewertete Material ist. Braucht man nicht. Voll überbewertet. Wer braucht schon ein Dingens da? Holz. Ja. Spielzeiten braucht man schließlich auch Stahlbeton. Stahlbetonk. Betonk. Betonk. Ich setz mal kurz das Wasser um. Aua, Scheiße. Hörst du mal so? Nein! Was zu... Hä? Was zu... Geil, guck mal. Wie ist das jetzt gemacht? Ich weiß nicht, ich hab einfach Wasser platziert. Du hast nur einen eindlichen Wasserbrotten. Hm. Du bist geil. Also... Ich weiß, ich weiß, danke. Ja, ich öfters. In bestimmten Situationen. Abends. Mittags, hä? Mittags, ja. Tags und morgens. Da hörst du dich? Du bist geil, sondern ich bin geil. Wir sind geil. Das wird zählt. Aua. Ich hab schon wieder zwei Saplings. Und nein, es liegt nicht einfach nur daran, weil ich Skilled hab, sondern weil ich auch Können habe. Was? Ich weiß, das war jetzt dasselbe. In meinem Fall aber doch nicht. Warte mal eins, zwei, drei, zack, geh mal weg da. Plopp. Plopp. Ich hab schon vier Bäume. Ich hab mich voller Schrocken von dem Scheißteil hinter mir. Oh mein Gott, dein Baum, nein! Ja, ja. Er wird explodieren. Räte mal, räte mich. Oh nein, 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 nein. Siehst du das Wasser? Siehst du das Wasser? Ja, seh ich. Oh, du Idiot. Was? Warum brennt die? Hä? Warte mal ganz kurz. Was war Eis, ne? Warte mal. Eis. Eis, Eis, Eis. Ich geb dir mal einen Eisbock. Den setzt du einfach da hin und machst ihn wieder kaputt. Ja, mein Helm, die will. Hä? Oh, ich hab hier 64 Eis. Ups. Oh, Alter, ich hab noch ein halbes Herz. Oh, wenn du jetzt gestorben wirst. Wo war der? Hier dran, ne? Da. Genau da dran, ja. Gut, dann hier, bitte. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Hä? Warte mal ganz kurz. Warte mal kurz. Jetzt versuche ich jetzt nochmal. Okay, warte so. So, jetzt muss das gehen, oder? Watt? Tada. Wunderbar. Warum ging der scheiß nicht? Ich kann die Sache nicht wegschmeißen. Ach, warte mal ganz kurz. Ich muss schon wieder kotzen. Das muss man in die Kommentare schreiben, warum der scheiß nicht. Ja, vor allem hier auch, da oben geht, aber hier unten nicht. Ja. Hm. Na ja, aber irgendwie will das Ding hier nicht wachsen. Ich weiß nicht, warum. Es gibt dann da Luftfeuchtigkeit, ne? Luftfeuchtigkeit zusammengehangen mit, äh, statischer Aufladung des Eisblocks. Richtig. Ja. Ich habe noch ein halbes Herz, du kannst mir trotzdem mein Kappelsform gehen, aber brauche ich mal hinten die Plattform weiter. Und der Konstellat, uns, uns, der Konstellat, uns, der Konstellat schon. Hast du, hast du Kappel Liston? Das nicht abbauen. Obwohl, doch, kannst du schon. Der Baum muss nur da bleiben. So, den kannst du nicht abbauen. Obwohl, den kannst du auch abbauen. Den nicht. Okay. Alter, guck mal, der Kürbis wächst. Willst du mich verarschen? Oh, der Baum ist fertig. Du, wir haben eine Furnace, by the way. Was haben wir? Eine Furnace. Eine Furnace. Furnace. Ah, da können wir ja, äh, Holzkohl rausmachen. Eine Furnace. Ich gebe dir gleich mal das Holz, das ich gesammelt habe, von den beiden Bäumen mittlerweile. Oh, nee, mach das in die Chests rein. Okay. Bei dir ist es nicht so sicher. Hm, hm. So, wieder ein Seed. Echt so. Eine Chests kann eigentlich nicht einfach so mit der Gravitation herunterfallen. Möchtest du sehen, wie sie das kann? Wenn sie möchte, kann sie alles. Hier ist eine Chests, verdammt. Wie darf das? Oh, ein Apfel. Mein Apfel. Mein Apfel. Hallo? Mein Apfel. Ich kann den Apfel nicht einsammeln. Aber jetzt. Hä? Gut, hier liegt noch ein Apfel, ne? Siehst du noch? Jo. Ich kann ja nicht... Guck da. Hm. Der Apfel ist scheiße. Ich mag den nicht. Ist voll egoistisch. Hä? Das ist ein Fake-Apfel. Echt? Ja, man. Das ist ein Holo-Apfel. Ne, hä? Der portiert sich. Er teleportiert sich. Der portiert sich. Oh, ich hab ihn eingesammelt. Ja? Ja. Feil. Kein Holygramm kann von mir fliehen. Es wird bei mir in echt. Alter, wie viele Seeds dieser scheiß Baum hat? Vier. Bisschen. Ja, wir können... Boah, wie viele Seeds und... Vier. Dankeschön. Du hast meine Ernüchterung, lasst euch freien Lauf. Wir bräuchten mal ein bisschen Platz, hier können wir noch ein paar mehr Bäume pflanzen. Ja, warte. Ich mach ja, ich mach ja. Ich könnte... Ich erst mal kurz den Apfel. Lava da drüben so. Ich hab noch zwei Essen. Wow. Weißt du, Lava? Ja, der geht's gut in den Bäumen auch und der Spongeon die ersten Viecher wieder mittlerweile. Boah, geil, ich hol mir nachher mal ein Pack bei uns. Ich lache, wenn da gleich ein Vieh in die Lava reinrennt. Es wird eh passieren. Endes sind Skelette, ne? Ich wollte es nur so beisomei sagen. Jo, die hol ich mir jetzt. Weil dann könnten wir die Melone mal endlich hochkriegen, weil... Die kriegt keinen hoch. Verstehst du? Der war gut, ne? Alter, sind wir lustig. Alter Schwede. Wir sollten uns echt manchmal gesetzt in die Fresse schlagen. Ähm... Scheiße. Sind wir lustig. Das ist kaum in Worte zu fassen. Ich hab noch zwei Samen übrig. Hast du noch Kappelstone? Hast du alle Sachen abgegeben in die Truhe? Ja, war mir auch so ein Schwert. Ey, hier war doch mal Holz. Wo ist das Holz hin? Verfackelt. Das hat nicht lange gefackelt, ha? Jetzt hört's ja mal auf. Ey, und wo kommt jetzt das Skelett? Ey, Alter, machst du mich schon, ey? Okay, ich nimm's mal mit dem paar Sachen da drüben auch. Ich merke schon, die Plätze werden immer schlechter heiß. Du sollst so langsam ausfangen. Nein. Zehn Minuten noch. Machen wir eine Stunde voll. Wir haben aber kein Kappelstone mehr. Nein, nein. Oh, ich hab die Spinne gekillt. Alter, Alter. Hast du hier so Scheiße gebaut oder du ging hier in den Creeper hoch? Ich hab da nicht Scheiße gebaut. Okay, ich hab mich fertig gebaut, sag mal so. Aha, ja, dann ist es wohl eher. Hast du Bohnmiel? Bohnmiel, nö. Was? Knochen? Nein. Nein, nein, nein. Alter. Alter. Boah, Lava, mach mal deine Arbeit. Ich check eh nicht, warum die nicht brennen. Sonst hol ich mir gleich ein Feuerzeug, zackfackel die Ahnung, fertig ist, ey. Juhu, ey, mach mal den kurzen Prozess. Okay, machen wir hier, Feuerzeug. Äh, da sind Zombies. Aber egal, warte, warte, warte. Ey, komm, wir cheaten jetzt hier voll. Wir werden hier voll die Cheater, ey. Oh, das ist ein Skelett, das ist gut. Äh, soll ich echt ein Feuerzeug holen? Nein, mach mal. Nein. Oh. Nein, wir zollen den. Also nicht. Nein, versuchen wir es erstmal noch so und wenn. Und tschüss, Feuerzeug. Oh, oh, ein Enderman. Oh, du bist gleich tot. Ich hab mal, Alter, ich hab mal ein halbes Herz. Die Melone soll mal wachsen, ich kann nirgendwo hin. Wenn ihr irgendwas bombt, ich gearsch, meine ich nicht, gefickt. Gefickt sagt man. Diese Scheißviecher fallen immer runter. Oh nein. Und tschüss, Skelett. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich hab zweieinhalb Herzen. Ich hab ein halbes. Ich will den Endermans da runterschupfen. Ja, komm mal. Nein, nein. Nein, nein. Oh. Junge. Ich hatte nicht wirklich viel dabei, aber ich sterbe jetzt hier, weil ich runterfalle. Hey, warum das? Spawnt man denn hier immer irgendwo anders? Ich merk doch, wir können auch richtig... Schau mal, ich spawne hier. Mach hier mal irgendwie so ein Dings rein, so. Was, wo? Ah, Flying ist noch der Nägel. Ja, ich logge mich gerade ein. So, hier. Äh, da brauch ich mal kurz... Warte, ich hab keinen Block. Hm, mysteriös. Hier ist es nicht mysteriös, dass ich keinen Block hab. Ich hab's nur verbaut. Wir brauchen noch ein bisschen Cobblestone, wär mal ganz geil. Huch mal die Lava, ey. Huch mal eben kurz wieder meinen Steinschwert. Huch mal kurz die Lava... Oh, das ist ein Creeper. Oh, das sind zwei Creeper. Huch mal die Lava wieder weg. Wir brauchen die mal hinten wieder. Aber hol die erst, wenn da keine Viecher mehr sind, bitte. Nein, das... Oh, das ist ein Skelett. Hi, bye, bye. Nein, das ist ein Creeper, oh. Das ist doch Creeper. Oh, Alter, du... Ah, das ist eine Spinne. Oh, die Schicht. Wie ist da ein Rotterfliegen? Tschüss, tschüss, tschüss. Nein. Die nicht. Die nicht. Come on, come on. Ja. Ja, ja, ja. Oh, gut, falsch, Mensch. Come on. Nein, 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 nein. Oh, nein. Tschüss. Ah. Tja, dann hast du keinen Steinschwert mehr. Wir haben auch keinen Cobblestone mehr. Soviel dazu. Mein Steinschwert. Ich hab noch ein Koppel. Jetzt brauche ich wieder hier. Was soll der Scheiß? Das ist voll random. Wo bist denn du? Ach, da. Ja. Ja, gut, dann ist es halt random. Ja, es ist eine Spawn-Area, wo er spawnt. Das hängt vom Server, denke ich, ab. Ja, das ist richtig. Und ich hab jetzt eine Idee. Warte, was soll ich mal sagen. Die wäre, wir könnten ja mal eine Wiese bauen, wo ein paar Tiere spawnen. Wie wäre man damit? Jo, möglich, möglich. Möglich, möglich wäre es, ne? Also, ich finde es, man könnte es in der Wegung ziehen, ne? Also, findest du auch, ne? Ja, ich, weil so. Hier baue ich schon mal noch einen Baum hin. Plopp. Ähm, warte mal, wo soll ich denn die Wiese hinbauen? Naja, das weiß niemand so genau. Das weiß niemand genau. Galileo, Misty, die muss eingeschaltet werden. Ja. Soll ich die hier an die, hier, guck mal. In die Richtung hier bauen? Hallo. Guck mich, guck mich. Möglich, ja. Dreh dich doch mal oben, da. Da, hin. Ja, mach mal. Oh, oh, uff. Uff, 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 uff. Ich stirb gerade ein Creeper drin. So, ich rette mal eben kurz das Holz. Rettet das Holz? Da ist gerade ein Creeper runtergeflogen in meinem Blickwinkel. Ich weiß ja. Da ist noch was runtergeflogen. Dann fliegt noch was. Ah, nee, ist ja diese Stär... Okay, jetzt geht's lieber nicht dahin. Ich hab' ein Eimer Lava dabei. Oh, ja. Oh, es geht doch nix über Skyblock. Und jump. Skybug? Skybug. Ich hab' Skybug verstanden. Skybug. Funks... Nein! Sam! Ist Lava da reingeschüttet? Noi. Soll ich die die mal wiedergeben? Ja, aber da muss man einfach... Was mal... Mach mal kurz den Cubsidi am Block weg. So. Und dann geben wir uns die Lava... Warte, soll ich die Lava wiedergeben? Jo. Ich weiß ja den Eimer bitte weg. Ähm. Äh? Ich brauch den Eimer aber. Ja, aber du... Da ist ja die Lava drin in dem Eimer. Ich hab' keine Lava. Was? Hier. Ist keine Lava drin. Ja, aber wir haben ja nur einen Eimer. Ja, eben. Ja, du brauchst einen Lava-Eimer, oder nicht? Ähm. Nein, ich hab' einfach... ID 10 oder so. Oder egal. Mach. Schick einfach hier. Ich such grad den Eimer. Was sind die Eimer? Ich such grad... Da. Weiter unten. Gefunden. Da ist einer. Oh. Bitteschön. So. Also. Jetzt muss das aber funktionieren, oder? Ja, wunderbar. So, jetzt müssen wir noch Erde haben, um hier eben... Da... Hier runter die... Oh, ich hätte mal nicht so viel Erde hinbauen sollen, glaube ich, oder? Wo? Hier. Ich... Joaah. Ich mach da mal wieder ein bisschen was weg, hoffe ich mal. Nee, nee, nee. Sonst geht alles wieder auf die Flöte. Ja, aber wir müssen ja hier irgendwie das Gras runterkriegen. Ja, dann mach mal nachher kurz mit Wasser halt. Was? Mit Wasser halt, dass da nicht alles kaputt geht. Bauen wir von unten halt nochmal so eine Etage ran, oder wie? Pff. Ich schaff das schon. Ich krieg die Erde, wette? Nö. Ja, hast recht. Okay, lassen wir. Immer musst du es ausprobieren. Tja. Wie ein kleines Kind. Ja. Ich... Ich pack mal da hinten an die Lava dran. Jo. Alter, ich hab nur noch ein halbes Set. Ich sollte aufhören, irgendwie Kamikaze runterzuspringen. Ich... Kamikaze. Wir brauchen mal einen Skelette. 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 Ja, nächstes Mal... Also wenn es jetzt ein Tag wird, es sollen da noch ein paar Skelette spawnen und dann... Ich tu mal das Holz in die Truhe, ne? Das Holz hier da. Ja. Elfste... Elfste... Elfsteck... Äh... Elfrohre. Elfsteck... Ja, klar. Elfstecks Rohrholz. Nein, nicht getötet. Wir haben uns einfach offscreen gewartet. Und es schneit. Yay! Geil! Und jetzt hört es sich natürlich auch schön windig hier an. Geile Sache. Ja. Und wie das hier stürmt. Ich tu mal kurz alle meine Sachen in die Truhe und geh mal ein bisschen auf Skelettyag. Wir brauchen... Boah, mir egal. Ich kann... Einen Schwert kann ich jetzt ruhig wegschmeißen. Das ist nicht wichtig. Aha, der Enderman... Der Enderman geht drauf. Lol. Ja, weil das Wasser ist. Der stirbt dadurch. Hä? Wo ist denn der Enderman? Da hinten. Wo war's da? Okay, ne. Ich kann doch... Gegen Skelette kann ich nicht antreten mit dem Heilmerz, oder? Ähm, nö. Hm. Und lasst ihr lieber verrecken, bis es Tag wird, so. Ja, gut. Dann renn ich da hin und hol das schnell. Ich warte hier. Ich camp hier. Ja, aber das ist doch voll scheiße. Gehen jetzt nicht so Pumpkin und so kaputt? Nö. Ich? Nicht. Ich weiß nicht. Wenn das Wasser eigentlich einfriert, nicht. Das Wasser darf halt nicht frieren. Nö, das Wasser friert nicht ein. Gut. Aber jetzt gibt's dann gleich wieder Sonne. Das ist gut. Alter, vor der Schnellstuhl mir. Ja, Mann. Wie dich das scheiße schneit, ey. Ich weiß hier gar nichts. So gut wie nicht. Alter, scheißkirle, schieß woanders hin. Komm, dreh dich um. Jetzt stirb endlich. Ich hoffe, die fallen nicht runter, wenn sie brennen. Komm schon jetzt... Alter, wann wird's denn mal Tag hier? Ja, ich glaub, die verbrennen gar nicht, weil es schneit. dann schießt. Vielen Dank.